Rauch! Rauch! Motivation! Schneller! Schneller! Hallo Leute! Heute habe ich ein bisschen Gameplay-Material vom 4.9. von Dehul. An diesem Tag hat es ein bisschen geregnet, weshalb fast alle Spieler die Außenbereiche mieden und es im Gebäude somit sehr voll wurde. Doch dies war eigentlich das größte Übel, denn ich hatte meine Handschuhe vergessen und mein Magazin für die Backup verloren, weshalb ich in Treppenhäusern nie etwas ausrichten konnte. Aber viel Spaß mit dem Video! Ey, ich nehme das andere Treppenhaus, komm jetzt! Gut! Gut! Tobi! Geh wo oder was? Geht nicht! Komm jetzt, komm jetzt! Guck du da, guck du da, du hast die Beste gemacht! Ja! Ich stehe da gerade rein! Ah, ich weiß nicht, von hier sehe ich das! Ja, ich weiß nicht, von hier! Gut, direkt vor dir. Was ist denn da? Farbe? Blau! Rot! Kontakt von hinten! Kontakt von hinten! Kontakt von hinten! Körgeln! Körgeraden! 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 Ich weiß es nicht, sehr viele an der Treppe, da vorne ist ein Glas. Links ist ein Becher und rechts ist einer. Ich weiß es nicht, sehr viele, sehr viele, sehr viele, sehr viele. Ich weiß es nicht, sehr viele, sehr viele, sehr viele. Ich weiß es nicht, sehr viele, sehr viele, sehr viele. Rechte Farbe! Farbe! Rot! Kontakt mit Treppenhaus! Los! Kontakt mit Treppenhaus! Kontakt mit Treppenhaus! Kontakt mit Treppenhaus! Kontakt mit Treppenhaus! Hits!